Tag Freunde, herzlich willkommen zu unserem Video. Hier zu meiner Version, zu der ganzen Hashtag-Grip-Fortla-Situation, zu der ganzen Geschichte von Fortlaib, auch mehr Kommunikation und so weiter und so fort. Und ja, ich weiß, das Thema ist jetzt schon ein, zwei Wochen alt, aber ich habe jetzt einfach nochmal durch das Update dieser Woche, also sprich mit dem Heavy Sliper Nerf, eine ein bisschen andere Perspektive auf das Thema bekommen und deshalb würde ich das Ding mal aus meiner Perspektive erzählen. Ich habe für dieses Video versucht, mehrere Perspektiven reinzunehmen, also meiner Perspektive, Epic Games Perspektive, Pros, Casuals und so weiter und so fort. Aber bitte versteht, dass ich natürlich einige Perspektiven besser verstehen kann beziehungsweise besser vertreten kann als andere Perspektiven. Aber ja, let's go. Also, erstes Mal zu Skibis Matchmaking. Ich weiß nicht, ob Skibis Matchmaking überhaupt noch im Spiel ist, denn ein paar Kollegen von mir haben berichtet, dass jetzt Obama wieder einen 37er-Bomb machen. Das ist eigentlich unter Skibis Matchmaking so nicht möglich, aber wer weiß, vielleicht hatten sie auch noch einen guten Tag, keine Ahnung. Epic Games, wirklich bitte Kommunikation. Ist Skibis Matchmaking noch im Spiel? Ja oder nein? Wenn es noch im Spiel ist, habe ich da grundsätzlich nichts dagegen, aber ich denke nicht, dass einfach Skibis Matchmaking aus dem Spiel rausnehmen, die beste Lösung ist. Ich finde, es braucht, wie in der Season 8, wie Tilted Towers in der Season 7, Season 6 und so weiter und so fort, halt bei Tilted Towers, es gibt, es braucht eine Art Tilted Towers zurück im Spiel. Und klar, es gibt auch schon Leaks, dass Tilted Towers wirklich als Tilted Towers in der Season 3 zurückkommt, die ja by the way zur dritten Unity Delayed wurde. Aber ich weiß nicht, ob Tilted Towers, das alte Tilted Towers wirklich so nice wäre. Wir brauchen einfach mal wieder einen zentralen Landeort, denn dadurch haben wir ja schon fast so eine Art Skibis Matchmaking, obwohl wir kein Skibis Matchmaking haben. Und ja, ich weiß, dass wir auch gerade der Agency im Spiel haben, was ja so eine Art zentraler Landeort ist. Eigentlich ist der Agency, und das sieht man jetzt auch wirklich über die Zeit, nicht so betiltet. Erstens mal, es gibt ja die Bots, und zweitens mal, es landet halt wirklich jeder. Also auch die Casuals und sowas, also the Agency, ist ein Zentraler Landeort, aber es ist nicht so wie Tilted Towers. Denn dann landen alle Schwitzer und alle Pros und halt alle, die besser werden wollen im Spiel, landen bei Tilted, und alle die Casuals landen halt nicht bei Tilted, beziehungsweise nicht bei dem zentralen Landeort. Leute, schaut mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare, wie ihr zu Skibis Matchmaking steht. Ja, nächstes Thema. Kommunikation. Ähm, das ist, glaube ich, so der, das ist einer der größten Beschwerden, ich aktuell habe. Klar, sie haben seit neulich, ähm, Competitive-Status kommuniziert. Also sprich, dass es keine WM 2020 gibt, und so weiter und so fort, aber ganz ehrlich, hab ich mir auch so ein bisschen, hab ich mir auch schon vorgestellt. Dennoch ist es natürlich nice, jetzt die offizielle Bestätigung von Epic Games zu haben. Und ich sag mal so, das ist das schon mal ein netter Start in die Kommunikation, aber da darf es einfach nicht aufhören. Patchnotes müssen unbedingt zurückkommen. Ich verstehe, warum Epic Games sie rausgenommen hat. Denn was auch passiert ist, ist, viele Leute haben sich die Patchnotes angeguckt und haben das Update einfach anhand der Patchnotes genommen, also sprich, wenn die Patchnotes ihnen nicht gefallen haben, sind sie mit einer schlechten Laune ins Spiel reingekommen und haben das Spiel daher weniger gespielt. Dennoch werden Patchnotes mittlerweile wirklich wieder sowas von notwendig und einfach nur nett. Also Epic Games bitte, Patchnotes zurück ins Spiel. Aber auch generell einfach mal Information und Kommunikation wäre zu einfach generellen Themen auch mal wieder richtig nett. Ja, die Community ist im Dunkeln, was ja fast jedes Thema angeht. Und das finde ich nicht nice. Und ich finde, das könnt ihr auch definitiv besser. Also ja, Kommunikation ist wichtig und wir brauchen definitiv mehr. Ja, jetzt zu einem eher wichtigen Punkt, finde ich zumindest, und zwar der Lootpool. Ich habe ein Thema, was jetzt nicht so viele Leute angesprochen haben, aber der Lootpool ist neben der Kommunikation das Thema, was mich aktuell so frustriert auf Fortnite reagieren lässt. Denn wir haben eine Jump Gun im Spiel. Wir haben eine Heavy Sniper im Spiel. Und klar, die Heavy Sniper wurde genervt, aber wir haben da noch eine Heavy Sniper im Spiel. Es ist einfach nur noch ein Gespray und es ist einfach nicht mehr nice, wirklich. Denn wenn man eine Minigun hat, dann kann man eine Minigun nutzen. Man hat alles verpasst. Du hast doch die Jump Gun. Kannst du es nochmal versuchen. Also ich finde die Meter einfach nur noch billig. Und ja, ich sage mal so, die mythische Ska und sowas, die mythische Boombow ist gar nicht so krass. Die sind zwar stark, klar, aber die sind gar nicht so krass. Die sind noch ziemlich gebalanced. Es ist meiner Meinung nach wirklich nur die Jump Gun und die Minigun, die so derbe krass unbalanced sind. Es ist halt wirklich meine Bitte an Epic Games. Nimmt die beiden Waffen aus dem Spiel raus. Den Heavy Snipernerv finde ich zumindest gar nicht so schlecht. Denn man kann ja immer noch Walls one-hitten. Da hat sich nichts geändert. Man kann bloß nicht mehr Personen one-hitten. Und das war so ein bisschen meine Hauptbeschwerde zu dem Heavy Sniper. Und ich finde es ziemlich gut, was die jetzt gerade gemacht haben. Also ja, ihr müsst es nicht mögen, aber ich bin ein Fan von der neuen Heavy Sniper. Ein weiteres, was ich auch nochmal besprechen muss, sind die Bots, beziehungsweise die Henchmen. Denn die haben mittlerweile viel zu gutes Aim. Also am Anfang war das Aim ja auch schon ziemlich gut, aber es war okay. Mittlerweile, ey, die können mich aus der Luft lasern, die können mich aus der Luft heavy snipen und dann one-shotten. Die können mich so krass treffen, die können mich einfach nur runterlasern. Und das kann es nicht sein. Die Bots dürfen nicht so krasses Aim haben. Es sind immer noch Bots, es sind immer noch keine richtigen Spieler und die Dinger müssen auf jeden Fall gebalanced werden. Und ich meine, klar, wir haben eine Drumgun- und eine Minigun-Spiel, aber dennoch, die Bots dürfen nicht so viel Schaden machen. Das hat man auch vor allem an diesem Clip von Ninja gesehen, wie krass das Aim von den Bots mittlerweile ist. Und das darf einfach nicht sein. So, ich habe nicht das beste Aim, ist mir auch vollkommen bewusst, aber es darf nicht viel besser als mein Aim sein. Denn sonst sind die Dinger einfach nur OP, wie sie es halt jetzt gerade sind. Okay, Leute, das war jetzt das Ganze von der Spielerperspektive. Epic Games Perspektive, wo ich ja nochmal ganz ansprechen, denn Epic Games Perspektive ist natürlich Business. Epic Games, klar, sie machen ein Spiel, was Spaß macht. Klar, das Spiel soll auch Spaß machen, das ist auch das Ziel von Epic Games selber. Aber das Hauptsache von Epic Games ist ja nicht, dass es Spaß macht. Das Hauptsache von Epic Games ist ja, um Geld zu machen. Und ich sage mal so, sie werden natürlich immer den Weg nehmen, der ihnen am meisten Profit bringt. Selbst wenn der Weg der Community jetzt nicht immer so wahnsinnig doll gefällt, aber sie werden immer den Weg nehmen, der am gesundesten fürs Spiel ist und der ihnen am meisten Geld einbringt. Ich habe das auch ganz wichtig zu verstehen. Denn viele denken ja immer, oh mein Gott, Epic Games ist so dumm, warum dachten sie das? Leute, Epic Games hat in einem Jahr drei Milliarden Dollar gemacht. Die wissen schon so ein bisschen, was sie machen. Man verliert nicht einfach Intelligenz. Das passiert nicht einfach so. Sie wissen schon, was sie machen. Und ich sage mal so, wenn sie ultra wenig Geld einnehmen würden, dann würden sie nicht machen, was sie im Moment machen. Und ich hoffe, wenn es euch auch noch das Spiel für viele von euch noch weiterhin Spaß macht. Wenn es euch Spaß macht, dann bitte spielt es noch, denn viele sind frustriert. Wirklich, viele sind frustriert. Obwohl, bei Twitch sind die Zahlen jetzt nicht gerade wieder oben, was ich nicht verstehe, aber sie sind es. Und ja, das war es bei diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, ist es doch gerne auch oben da. Abonniere ich. Ich will jetzt ein dick einziges Video mehr verpasst. Und ja, schreibt mal eure Meinung zum Thema in die Kommentare. Ihr könnt es auch gerne on-stream besprechen. Ich streame meistens Samstag und Sonntag. Vielleicht mal nicht, vielleicht mal schon, wenn Schule ist oder sowas. Aber ja, ich streame ab und zu mal auf twitch.tv.gcn. Könnt ihr gerne vorbeischauen und können wir gerne im Chat und im Stream weiter diskutieren. Da freue ich mich immer drüber. Und ja, heute, jetzt bis zum nächsten Video. Ciao.